Meine Damen und Herren, willkommen zurück beim Darwin Circle. Ich heiße Stefan Lenglinger und ich bin der Moderator zum Thema Leadership und unbekannte Talente. Die Covid-19-Krise hat unsere Arbeitsweise natürlich radikal verändert. Home Office ist ein Stichwort, das wurde verpflichtet, auch dort, wo es früher keine Möglichkeit war. Die Meetings sind nicht mehr offline, sondern sind nun Online-Meetings, also man sitzt zu Hause und starrt auf dem Computerbildschirm. Die Unternehmen haben sich radikal verändert. Es war dies eine Phase der Anpassung, die hat uns zufällig getroffen, wie das häufig der Fall ist. Aber die Unternehmen haben sich angepasst, manchmal in ähnlicher Art und Weise und manchmal sehr unterschiedlich. Natürlich gab es Hindernisse aufgrund der Pandemie selbst. Die Arbeitsmodi wurden eingeschränkt. Man sitzt also nicht mehr dicht an dicht in einem Büro. Der Prozess der Digitalisierung wurde beschleunigt durch die Pandemie und viele Unternehmen haben das noch nicht internalisiert. Das sollte man ehrlicherweise sagen. An einigen Orten gibt es nach wie vor große Hindernisse. Aber wir wollen uns darauf konzentrieren, was für die Unternehmen 2020 funktioniert hat und was denn die wichtigsten Leadership-Strategien sind in Zukunft. Wir hätten das nicht besser machen können, weil wir jetzt unterschiedliche Experten zusammengebracht haben, um das global zu beleuchten. Dann ist John Addison, Vice President für EMEA bei LinkedIn, aus Paris zugeschaltet. Dann komme Emo, Vice President bei Goldman Sachs in New York. Herzlich willkommen in unserer Diskussionsrunde. Dann live hier im Studio Newton Howard, der gerade ein Impulsreferat gehalten hat. Er unterrichtet Computational Neuroscience und Neurosurgery an der Universität Oxford. Er befasst sich also eingehend mit neurochirurgischen Verfahren und Neurowissenschaften. Alexander Vrabitz vom ORF, Generaldirektor. Ja, wir haben einander schon lange nicht mehr persönlich getroffen. So, wenn man sich die letzten 12, 14 oder 15 Monate ansieht, wenn man ein Fazit sieht, kann man sich die Frage stellen, was gut funktioniert hat und was nicht. Konzentrieren wir uns aber auf die Gegenwart. Die Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei. Die Situation wird immer komplexer, weil unterschiedliche Mutationen sich durchsetzen. John Addison in Paris. Wie sieht es denn aus an Ihrem Arbeitsort? Können Sie das kurz beschreiben, wie Sie derzeit arbeiten? Danke, Stefan. Nun, die Pandemie hat sich natürlich massiv ausgewirkt auf die Menschen und auf die Wirtschaft im Allgemeinen. Viele Menschen haben keine Arbeit mehr. Viele Unternehmen, kleinere und größere Firmen haben große Schwierigkeiten, überleben kaum. Und es war dies natürlich eine schwierige Zeit. Die Menschen suchen Arbeit. Den Menschen ist es gelungen, einige Hindernisse zu überwinden. Homeoffice ist das Stichwort hier. Sie kümmern sich zu Hause um die Angehörigen, um die Kinder, unterrichten die Kinder. Und wenn sie allein leben, dann erleben sie natürlich auch das Gefühl der Einsamkeit. Ich bin in der glücklichen Lage, im Bereich des Homeoffice zu arbeiten. Ich muss jetzt nicht mehr weltweit reisen, muss nicht pendeln. Das bedeutet, dass ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann und mehr Zeit für meine Hobbys. Klavier spielen oder mit dem Hund spazieren gehen. Aber ich muss natürlich auch anerkennen, dass, abgesehen von den persönlichen Vorurteilen, es auch gesellschaftliche Vorzüge gibt. Es gibt dieses Gemeinschaftsgefühl, das sich durchgesetzt hat, weltweit aufgrund der Pandemie. Also physisch gesehen, wir feiern die Vertreter der Gesundheitsberufe, beziehungsweise kümmern wir uns auch um die Nachbarn, um Leute, die an der Front arbeiten. Und dann natürlich auch der Bereich der digitalen Gemeinschaften. Da gibt es ein großes Engagement auf unseren Plattformen, LinkedIn zum Beispiel. Da tauschen sich die Leute aus, sie teilen Content, sie besprechen Ideen, wie man Arbeitsplätze findet, wie man Coaching, Mentoring betreibt. Also es gibt physische und digitale Gemeinschaften, die sich jetzt herauskristallisieren und hoffentlich bleiben die dann auch. Danke, John. Danke, dass Sie über die positiven Entwicklungen gesprochen haben. Und wir wollen jetzt auch einige heikle Themen anreißen, die Sie besprochen haben. Newton Howard, Sie reist nach Wien, um heute bei uns zu sein. Können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie Sie denn dieser Tage arbeiten? Wie jeder andere wurde auch ich beeinflusst und beeinträchtigt. Wir mussten auf das Virtuelle zurückgreifen. Meine Arbeit im Labor wurde dadurch natürlich beeinflusst. Wir schauen uns die BCI-Arbeit an. Das war ja physische Arbeit. Wir arbeiteten da mit Tieren zusammen. Und dann erheben wir auch Daten, wie sich Covid-19 auf das Gehirn auswirkt. Auch da war die physische Präsenz notwendig an den medizinischen Fakultäten. All das wurde natürlich verlangsamt, und zwar durch den Verlauf der Pandemie. Aber wir sollten hier trotzdem innovative Möglichkeiten entwickeln, sollten nicht die Hände in den Schoß legen und sollten versuchen, hier Lösungsmöglichkeiten zu finden. Aber wie wirkt sich denn jetzt eigentlich Covid-19 auf das Gehirn aus? Das wurde noch nicht wirklich erforscht. Jeder kennt die psychiatrischen Kurzzeitwirkungen. Dass man eben keine Freizügigkeit genießt, das wirkt sich natürlich auf die Psyche aus. Aber es gibt auch biologische Auswirkungen auf das Gehirn und seine Aktivitäten. Wir haben das zum Beispiel durch Analysen gezeigt. Also da haben wir gesehen, dass einige Areale da geschädigt wurden. Aber man muss natürlich dazu beitragen, dass es nicht die Hirnschranke überwindet und das Gehirn dann permanent schädigt. Gut, Sie haben über Ihr persönliches Arbeitsumfeld gesprochen. Auch Sie betreiben natürlich Social Distancing. Sie halten also Abstand zu anderen. Ja, natürlich. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Atemweise, also weil alle Mund-Nasen-Schutz tragen und so weiter. Aber dadurch wird die Infektion eingedämmt. Also wir müssen diese Bemühungen beschleunigen, natürlich intensivieren. Impfstoffe müssen entwickelt werden. Auch nach der Infektionsbehandlung müssen Tests durchgeführt werden in Zusammenarbeit mit vielen, vielen Menschen. Wir brauchen eine Lösung, die man rasch ausrollen kann. Und das ist natürlich auch eine Frage für große Unternehmen. Und da möchte ich Komeino ansprechen in New York. Komeimo, wie haben sich denn die Unternehmen angepasst? New York war ja einer der Hotspots der Covid-Krise im Frühjahr vergangenen Jahres. Wie hat sich Ihr Unternehmen angepasst? Ja, danke, Stefan. Es war natürlich recht hart, das stimmt. Aber ein Prinzip bei Goldman Sachs ist, unsere Ressourcen, unsere wichtigsten Ressourcen sind die Menschen, das Humankapital. Und wenn das beeinträchtigt wird, dann ist das ein unwiederbringlicher Verlust. Also für uns stehen die Menschen an erster Stelle. Das ist unsere Priorität. Es gibt hier kein Patentrezept. Und daher muss ich sagen, dass Flexibilität von großer Bedeutung ist und auch war. Es ist dies für uns terra incognita. 98 Prozent unserer Mitarbeiter sind mittlerweile im Homeoffice. Wir haben da auch aus Asien gelernt, bewährte Praktiken, die es dort gibt und gab. Virtuelle Desktops, die Infrastruktur, die eingebettet wurde in die Organisationen, all das war die Grundlage, aber auch BCB-Pläne. Aber Krisenzeiten sind natürlich schmerzhafte Perioden. Gleichzeitig zeigen sie, wie wichtig es ist, wie die Risikofaktoren zu berücksichtigen, während langfristige Chancen weiterentwickelt werden. Also 2020 und 2021 sind natürlich eine große Herausforderung für uns, diese eineinhalb Jahre. Es gibt die Pandemie, dann gibt es rassenbezogene Diskriminierung, Ungleichgewichte. Es gibt Menschen, die sterben, Menschen, die viel leiden, Menschen, die zu Hause arbeiten müssen und ihre Kinder unterrichten müssen gleichzeitig. Also da gibt es riesige Herausforderungen. Aber der Business Case für diverse Inklusion und nachhaltige Investitionen, dieser Business Case ist ganz klar. Es geht hier um die Communities und wie wir zusammenarbeiten und wie wir das Ganze überwinden können als Gemeinschaften. Ja, es war natürlich ein sehr ereignisreiches Jahr. Das stimmt, Alexander Wrabetz. Niemand erwartete die Pandemie, als sie ausbrach und sich weltweit verbreitete. Also es war dies eine unvorhersehbare globale Krise. Wie kann man da als Führungskraft rasch reagieren? Vielleicht können Sie uns da einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Wie passierte das beim ORF? Naja, für uns war das natürlich auch etwas völlig Unerwartetes. Unterstanden wir alle vor großen Herausforderungen. Und besonders für uns als größtes Medienunternehmen in Österreich. Da mussten wir natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher arbeiten können. Wir mussten sicherstellen, dass wir weiter einen entsprechenden Sendebetrieb garantieren können. Fernsehen, Radio, Online, das ist natürlich gerade in diesen Krisenzeiten so wichtig. Und die Menschen scharrten sich noch mehr um das Medium und die Sendungen, die wir da boten, im Fernsehen, im Radio und im Internet. Die Werbeeinnahmen sanken natürlich dramatisch, sie brachen regelrecht ein. Also für uns bedeutete das doch eine Reihe von großen Herausforderungen. Aber wir können natürlich auch lehren sind daraus. Als Führungskraft muss man da natürlich ein Vorbild sein. Man muss am Ende des Tages nach Diskussionen Entscheidungen treffen. Man muss da Entscheidungen treffen, ob jetzt 90 Prozent der Leute im Homeoffice arbeiten oder ob dann einige auch vor Ort arbeiten. Wir haben da die 200 wichtigsten Mitarbeiter im ORF sozusagen isoliert. Die wurden vier Wochen lang in einer Quarantäne zusammengepfercht, wenn man so sagen kann. Um den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten, das war etwas recht Einzigartiges, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und da mussten Entscheidungen getroffen werden. Das war der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt. Man muss natürlich die Organisation auch ändern. Ich weiß nicht, wie Ihre Organisationen funktionieren. Aber wenn es eine große Organisation ist, ein großes Gebilde und man da unterschiedliche Arbeitsgruppen und Ausschüsse hat, dann wird es in diesen Akutsituationen, in diesen akuten Krisensituationen nicht funktionieren. Wir haben eine Projektorganisation aus dem Boden gestampft. Wir mussten also ganz anders jetzt plötzlich in diesen Notfallszeiten Entscheidungen treffen, um für Sicherheit zu sorgen, um weiterhin ausstrahlen zu können und um natürlich auch die wirtschaftliche Herausforderung bewältigen zu können. Und ich glaube, das ist uns recht gut gelungen. Und das war nur deshalb möglich, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Strang zu holen wüssten und wussten, dass das natürlich für den ORF, für die österreichische Bevölkerung sehr wichtig ist, nämlich dass wir unserer Arbeit nachgehen. Und auch in Krisenzeiten dafür sorgen, dass das passiert. Und ich denke, dass das Publikum das auch wirklich wertgeschätzt hat. Die Werbeeinnahmen kamen dann wieder rein und stiegen dann, weil wir sehr hohe Quoten hatten. Also 2020 war eine große Herausforderung. Und mit Ende des Jahres dachten wir, Ende 2020 werden diese Herausforderungen enden. Und dann haben wir gesagt, naja, im Februar, März mit den Impfungen wird das Ganze vorbei sein. Aber jetzt sind andere Probleme auf den Plan getreten, nämlich wie man denn diese Motivation, diese Entscheidungsprozesse aufrechterhalten kann, jetzt, wo das Ziel sich immer weiterentwickelt und verändert. Der Gesundheitsminister hat schon dreimal gesagt, ja, also die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Das hat er im November gesagt, das hat er im Dozember gesagt und auch im Jänner. Also das bewegt sich immer weiter in Zukunft, die nächsten zwei Wochen und so weiter. Naja, hoffentlich wird die nächste Phase nicht zu lange andauern, aber zumindest wird doch eine gewisse Zeit verstreichen. Und da wird es dann notwendig sein, sich anzupassen an diese Situation. Es wird dann wirklich darum gehen, dass man die Menschen weiterhin motiviert. Sie haben da viele Herausforderungen erwähnt, das Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause aus. Gut, für einige gibt es da Vorteile, aber für viele, viele andere Menschen wird es immer schwieriger und eine immer größere Herausforderung. Und jetzt sagen einige Mitarbeiter, sie wollen eigentlich kürzer im Homeoffice arbeiten, wollen drei Tage vor Ort arbeiten. Da gibt es mehr Bitten in dieser Hinsicht als Bitten um Gehaltserhöhungen. Also da muss man dann auch ein Psychologe sein und muss die Mitarbeiter entsprechend betreuen und unterstützen. Man muss dann auch mit den anderen Abteilungsleitern zusammenarbeiten und muss ihnen sagen, dass sozusagen die Führungskräfte da sind, um die Menschen zu motivieren. Man muss mit ihnen kommunizieren im Homeoffice. Jeder Abteilungsleiter sollte zumindest einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen mit den Leuten sprechen, die im Homeoffice sind, weil einige Homeoffice-Mitarbeiter, die fühlen sich alleingelassen, im Stich gelassen. Also sie machen ihre Arbeit von zu Hause aus, schreiben da verschiedene Dinge, aber sie brauchen natürlich auch Feedback. Also das sind die neuen Herausforderungen und beim nächsten Darwin Circle werden wir dann vielleicht über die Bewältigungsstrategien berichten können. Naja, die meisten von uns sind doch weiterhin motiviert, wenn wir zur Arbeit kommen, möchte ich sagen. John Addison in Paris. Bei LinkedIn haben sie natürlich mit ganz vielen Führungskräften zu tun, also das ist ja Teil ihres Jobs. Alexander Wrabitz hat da ein konkretes Bild gezeichnet, betreffend die Herausforderungen, vor denen wir standen beim ORF. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen, wenn es darum geht, den Ausbruch der Pandemie und den Lockdown zu bewältigen? Es war das natürlich eine nie dagewesene Situation. Man musste sehr agil, man musste sehr rasch reagieren und man musste sozusagen für das Überleben sorgen. Es ging darum, sich auf neue Arbeitsmethodologien einzustellen. Es gab da diese Verlagerung zum Homeoffice, all das passierte sehr schnell. Und jene, die sich erfolgreich durchgesetzt haben, haben erfolgreich sehr schnelle Entscheidungen getroffen. Sie haben den internen und externen Input berücksichtigt und arbeiten jetzt anders. Als wir die Leadership Community in ganz Europa interviewt haben im August, haben wir da ganz klare Ergebnisse bekommen. Mehr als 30 Prozent der Führungskräfte sprachen von Freistellungen. 70 Prozent meinten, dass das auch die schwierigste Phase in ihrem beruflichen Leben war, nämlich bis zum August, diese Zeitphase. Also man musste da natürlich auch die Soft-Skills wie Empathie, Mitgefühl an den Tag legen. Sie mussten auf Transparenz setzen. Und das war natürlich auch ein sehr wichtiger Teil, ein Leader zu sein, eine Führungspersönlichkeit, Teil des Teams zu sein. Und die Teams arbeiteten natürlich auch remote. Und jetzt geht es darum, wie man den Wiederaufbau schafft, to build back better, lautet das Schlagwort. Also wie sieht es aus mit dieser recht langen Erholungsphase? Was werden da die Prioritäten sein? Gut, es müssen natürlich gerechte Organisationen aufgebaut werden. Diversität und Inklusion sind daher natürlich besonders wichtig. Es muss ein faires Arbeitsumfeld kreiert werden. Es müssen die Fertigkeiten und Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert werden. Viele haben da den Mitarbeiterstab zurückgeschraubt. Aber es ist natürlich notwendig, neue Qualifikationen zu erwerben. Das Wohlegehen der Mitarbeiter ist sehr wichtig, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten. Flexibilität am Arbeitsplatz ist ein Schlagwort. Konnektivität und dann noch die Beziehung zwischen dem Standort, zwischen dem Arbeiten vor Ort und dem Homeoffice. Das sind also die Tendenzen. Ja, da möchte ich mich auf das konzentrieren, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben über die Soft Skills gesprochen und auch Diversität und Inklusion. Aber vielleicht das Wohlegehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Professor Newton Howard, was meinen denn Sie dazu? Sie meinten im Impulsreferat, dass Covid-19 unser Gehirn auch beeinträchtigt. Dieses Virus führte auch zu zahlreichen Todesfällen. Und viele Menschen haben dann auch schwere Stresssituationen erlebt infolge des Virus, weil sie ihre Arbeitsmethodologie verändern mussten oder weil sie auch ihre Arbeit verloren haben. Was passiert da im Gehirn, wenn wir diesem Stress ausgesetzt sind? Nachhaltiger Stress führt im Gehirn zu Schädigungen des präfrontalen Lampens. Und das kann natürlich die Funktionen, also die Planungsfunktionen, die Ausführungsfunktionen beeinträchtigen. Die Motivation wird dadurch beeinträchtigt, das Commitment, die Bereitschaft zu arbeiten. Man kann das aber umkehren, indem hier zum Beispiel bestimmte mentale Übungen durchgeführt werden. Und da gibt es je nach Schweregrad auch Medikamente. Welche Schäden treten da physiologisch ein? Also wenn das Virus die Hirnschranke überwindet und wenn das Virus dann vordringt in Areale, in denen diese Schäden beträchtlicher werden können. Nun, das ist da schwieriger wiederherzustellen. Das Virus betrifft ja dann auch die olfaktorischen Nerven, betrifft also unser Geruchsvermögen. Und das ist dann etwas, was das Gehirn natürlich beeinflusst entsprechend. Das Virus setzt sich dann dort durch und der Geruchssinn geht verloren. Das ist etwas, was wiederherstellbar ist, aber es ist natürlich komplexer. Also was ist denn die Beschaffenheit dieses Virus? Es ist ja keine Infektion der Atemwege eigentlich, sondern es handelt sich hier um ein resilientes Virus. Ein Virus, das sich anpasst, um überleben zu können. Also da wird zum Beispiel auch die Sauerstoffanreicherung beeinflusst oder die Sauerstoffversorgung. Da gibt es Lungenschäden, weil eben die Organe belastet sind. Und daraus ergeben sich diese Lungenprobleme, weil eben die Sauerstoffanreicherung zu hoch ist. Also es geht da nicht nur um die oberen Atemwege, sondern um viele andere Bereiche, wo sich das Virus festsetzen kann. Gut, da wurden auch natürlich seitens der Forscher auch Fehler gemacht. Die Öffentlichkeit weiß natürlich, worum es jetzt mittlerweile beim Virus geht und kennt sich da besser aus als früher. Wir brauchen hier ein Virometer. Das heißt, wir müssen alle Viren identifizieren. Covid wird es über einen gewissen Zeitraum geben, aber es gibt natürlich Viren im Allgemeinen. Die Viren gibt es schon seit Millionen Jahren. Wir müssen mit ihnen koexistieren. Da wird es dann auch in Zukunft andere Viren geben. Und wenn wir die Viren nicht detektieren können, also nicht nur die Covid-bezogene Virenlast, dann können wir oder müssen wir alles über den Haufen werfen. Also wir müssen uns da anpassen. Also da geht es um Messung der Temperaturwerte. Beziehungsweise ist es dann zu spät, wenn man erkennt, dass hier eine Viruslast vorliegt, eine Infektion. Da müssen wir früher den Hebel ansetzen. Gut, also es geht um das Virus, die Krankheit an sich, aber es geht auch um die Einschränkungen, denen wir unterliegen in unserem täglichen Arbeitsumfeld. Ja, komme im Umfeld, da gab es einen interessanten Artikel in der Financial Post diese Woche, da ging es um psychische Erkrankungen im Bankenwesen. Im Bankenwesen müssen die Menschen natürlich tough sein, da herrscht gnadenloser Wettbewerb. Und es wurde dann in dem Artikel gesagt, dass viele Leute da psychisch leiden. Sie sind ja Führungskraft. Und wie gehen sie da um mit Zoom-Müdigkeit oder Ermüdung oder Burnout und Depression bei Goldman Sachs? Naja, Stefan, die globale Pandemie hörte natürlich noch nicht drauf. Und es ist ganz natürlich, dass man Angstzustände, Depressionen hat, Stresszustände und so weiter. Man muss da sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu den Ressourcen haben, die es gibt. Und man muss sie auch inspirieren und ermutigen. Man muss einen Weg vorgeben. Gesundheit am Arbeitsplatz, Wohlergehen, das ist sehr wichtig. Da geht es darum, dass man als Mensch noch ehrlich ist und dass man sich um sich selbst und um andere kümmert. Dass man Empathie und Einfühlungsvermögen zeigt. Da gibt es kein Patentrezept für die Unternehmen. Da muss man einfach zuhören und dadurch lernt man auch. Man braucht hier einen kollektiven Ansatz. Der sollte gewählt werden, um das Team bestmöglich zu motivieren. Das habe ich auch festgestellt. Und was ich gelernt habe, ist auch sehr hilfreich. Also man berichtet auch über die eigenen persönlichen Schwierigkeiten mit anderen. Und die meisten Menschen zeigen doch diese Empathie und sind auch durchaus unterstützend und wertschätzend. Ich habe den Artikel gelesen. Ich stimme der Journalistin zu. Ja, die Mitarbeiter brauchen dann noch Ruhezeiten, um sicherzustellen, dass sie sich erholen können, dass sie die Batterie neu aufladen können. Das ist natürlich von ganz großer Bedeutung. Und so kann man vermeiden, dass es in Zukunft Stresszustände, psychische Erkrankungen und so weiter gibt. Also wenn man den Menschen betrefft, bestimmte Betreuungsmöglichkeiten gibt. Alexander Brabitz, ich glaube, dass sich das Arbeitsumfeld nach der Krise, wann auch immer das sein wird, verändern wird. Es wird ein ganz anderes Arbeitsumfeld sein als das, was wir derzeit vorfanden oder vorfanden. Wie sollten da Unternehmen weiterentwickelt werden? Nun, ein wichtiges Thema ist natürlich die Diversität. Es ist kein Geheimnis, dass viele Unternehmen auch in Österreich nach wie vor Probleme damit haben, mit dieser Vielfalt nämlich. Und wenn dann die Diversität doch passiert, dann passiert sie am Rand. Was ist denn Ihre persönliche Strategie, um sicherzustellen, dass die Diversität sozusagen ein wirklich wichtiges Ziel wird und in den Mittelpunkt gerückt wird? Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, das ist eine Notwendigkeit, die sich immer mehr herauskristallisiert. Das alles hat sich natürlich auch dramatisch geändert. Das Medienumfeld, der Medienkonsum hat sich verändert, auch die internationalen Plattformen. Die haben natürlich sehr profitiert, also Netflix, Amazon und so weiter. Im Lockdown griffen die Menschen darauf zurück und sie konsumieren Medien heute anders als es davor. Also das ist eine globale Herausforderung, eine Herausforderung für die klassischen Medien. Wir wussten, dass diese Herausforderung kommen wird und die ist eigentlich rascher über uns hereingebrochen. Das bedeutet, dass man sich anpasst. Wie gehen wir denn an die Menschen heran? Wie finden wir neue Formate, um hier die Jugendlichen mit ins Boot zu holen? Wie sind die YouTube-Generation? Also das ist eine wichtige Facette. Und dann haben wir auch erlebt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptsächlich aus weißen Menschen besteht, mehr Männer als Frauen und auch aus älteren Menschen. Also 51 Jahre ist das Durchschnittsalter recht alt und es gibt da recht wenige Mitarbeiter oder weniger in der Kohorte 25 bis 35. Und wir haben auch zu wenig Vielfalt, was unsere Mitarbeiter angeht. Aber als ORF haben wir da eine Chance, weil wir eben mit dieser konkreten Situation konfrontiert sind. In den nächsten fünf bis sieben Jahren wird es so sein, dass ein Drittel unserer Mitarbeiter uns verlassen wird, wir den Ruhestand treten. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben nicht weiter Kosten zu senken, sondern dann haben wir die Möglichkeit, eine neue Generation heranzubilden. Neue Leute, die für den ORF arbeiten. Da brauchen wir vielleicht einige Hundert. Und da kann man dann auch den Hebel ansetzen, kann die Diversität erhöhen, kann Zugangsmöglichkeiten zu neuen Medienlösungen finden und bieten. Aber da muss man sich natürlich entsprechend engagieren. Also das wird klarerweise eine Notwendigkeit sein und wird natürlich auch eine Lehre sein, die wir aus der Pandemie ziehen können. Ja, die digitale Generation, die ist natürlich per Definition umvielfältig. Es gibt auch neue Mitbewerber natürlich, wie man weiß. Also nach wie vor ist es so, dass viele junge Österreicher für den ORF arbeiten wollen. Aber ja, es gibt auch viele, die für ein Start-up arbeiten wollen oder für irgendein digitales Unternehmen. Das heißt, wir müssen unsere Rolle als Arbeitgeber auch neu definieren. Wir müssen auch in Richtung mehr Diversität gehen. Ja, ja, das ist natürlich ein Prozess, der sozusagen langsam von Schatten geht. Ich bin seit fünf oder sechs Jahren im Unternehmen und ich habe schon festgestellt, dass sich die Dinge verändern. Also da sind die Dinge in Bewegung. Und ich möchte da John Addison in Paris eine Frage stellen, und zwar zu Frauen. Da gibt es eine Erhebung in Österreich, die gezeigt hat, vor kurzem sagt, dass jede zweite Frau der Meinung ist, dass die Covid-19-Krise dieses Gender-Ungleichgewicht verschärft hat, gerade im Arbeitsumfeld. Und ich bin mir sicher, dass in anderen Regionen weltweit die Ergebnisse ähnlich sind. Also wenn Sie nach der Covid-19-Krise sozusagen Maßnahmen ergreifen, wie können Sie da sicher gehen, dass man sich auf das Gleichgewicht der Geschlechter konzentriert und dass man da niemanden benachteiligt? Na ja, wie sieht es aus mit der rassenbezogenen Ungleichheit oder dem Ungleichgewicht? Wie sieht es aus mit der Diskriminierung von Frauen? Daten zeigen doch, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Lockdown und der Tatsache, dass Frauen diskriminiert werden am Arbeitsplatz oder Probleme erfahren. Das sieht man auch in grafischen Darstellungen. Im April zum Beispiel war es so, dass global die Anstellung von Frauen sehr niedrig war. Also im April 40 Prozent. Dann gab es einen Anstieg, 44,8 Prozent, Juni und Juli. Also der Lockdown hat die Situation der Frauen doch beeinträchtigt, wie man erkennt. Die Wirtschaft muss das wissen. Was können wir da sagen? Also das Homeoffice, das wird bleiben. Flexible Methoden und Modelle, die da entwickelt werden, werden bleiben. Oder auch Möglichkeiten für Menschen, die Homeschooling betreiben, die Ältere betreuen müssen und so weiter, die aber auch arbeiten wollen. Also das muss man sich anschauen. Dann Work-Life-Balance, auch das muss man natürlich berücksichtigen. Die Wirtschaft muss genau das machen, um hier eine vielfältige Arbeitskraft hier zu ermöglichen. Also es geht um die Skills, um die Fähigkeiten und Qualifikationen. Es geht auch um die Beziehung zwischen den erforderlichen Qualifikationen und der Anstellung auf der Grundlage von Qualifikationen. Man muss sich das alles im Detail anschauen. Also wie definiert man denn die Rollen? Wie kann man Rollen in Verbindung bringen zu Qualifikationen? Wie kann man Schranken entfernen? Wir brauchen eine vielfältigere Struktur in den unterschiedlichen Unternehmen. Abgesehen von der Gleichstellung und der Diversität, der Vielfalt. Sie sind ja mit sehr vielen anderen Unternehmen weltweit in Verbindung. Was sind die wichtigsten Fertigkeiten, die gebraucht werden, wenn es darum geht, neue Leute einzustellen? Ja, wir sind jetzt in einer Welt, wo wir uns auf die Online-Konnektivität verlassen. Was das bedeutet, ist, dass wir jetzt einfach eine starke Verschleunigung gesehen haben bei der digitalen Transformation. Wenn wir uns jetzt die Daten auf unserer Plattform ansehen und wenn wir schauen, wo es Arbeitsplätze gibt, die geschaffen werden, dann ist das im Bereich E-Commerce oder im Technologiesektor, aber auch in einigen anderen Branchen, wo einfach von Grund auf ein Wachstum festzustellen ist. Aber sehr viel hat es mit der Digitalisierung zu tun. Ich glaube, es wird 150 Millionen neue Technologie-Jobs geben, wird die in den nächsten fünf Jahren geschaffen werden. Das bedeutet also eine Explosion im Bereich der digitalen Fertigkeiten. Und wenn wir von digitalen Skills sprechen, das sind nicht nur technische Fertigkeiten. Auf unserer Plattform sehen wir auch, dass wenn solche Skills, solche Fertigkeiten gefordert werden, dann geht es auch immer wieder um Soft Skills, also Kommunikationsfertigkeiten, Projektmanagement-Skills oder Fertigkeiten, die sehr leicht auch online zu erwerben sind durch digitales Lernen. Und LinkedIn hat zum Beispiel mehr als 1000 Stunden an Kursen, wo man sich solche Hard- und Soft-Skills aneignen kann. Also dieser Trend bleibt sicher. Es gibt hier sehr viele Chancen für Leute, die diese Digitalisierungsfertigkeiten erwerben möchten und sie auch für ihre zukünftige Arbeitsplatzfindung nutzen möchten. Immer stimmen Sie dem zu? Sind die Soft Skills, diese Digitalisierungsfertigkeiten auch etwas, was ihr bei Goldman Sachs sucht, wenn es darum geht, neue Leute einzustellen? Ja, absolut. Aber zusätzlich würde ich noch sagen, dass die Agilität auch etwas ist, wonach wir suchen. Wie flexibel sind denn die Leute in einem sich schnell veränderten Umfeld? Das ist von großer Bedeutung. Vielleicht auch die Neugier. Wenn wir von Telearbeit sprechen, dann ist es natürlich schwieriger, diese Verbindungen aufzubauen. Wie kann man auf eine kreative Art und Weise Beziehungen mit anderen aufbauen? Wie kann man Teil der Organisation und eines Teams werden? Und da gibt es natürlich viele Annahmen, die den Status Quo hinterfragen. Man versucht natürlich, möglichst immersiv präsent zu sein. Die Fehlkommunikation wird es natürlich immer geben, aber wie reagiert man denn auf entstehende Probleme? Darum geht es. Wie schnell kann man Lösungen für diese Probleme finden, kurz- und auch langfristig? Alexander Wraubitz, Sie sprachen darüber, dass man fast ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten fünf bis sieben Jahren austauschen muss. Wenn Sie neue Talente suchen, wonach sucht der ORF und wonach suchen Sie? Ja, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was bereits gesagt wurde. Man kann natürlich davon ausgehen, dass wir sehr gute Medienschulen in Österreich haben, auch sehr gute Mittelschulen. Wir haben wirklich sehr gute, talentierte Menschen und die Ausbildung bei uns ist wirklich allgegenwärtig. Aber was den Unterschied macht, ist, ob die Leute kreativ sind, neugierig sind, Neues lernen wollen, ob sie in der Lage sind, in Teams zu arbeiten, ob sie richtig kommunizieren können und ob sie auch Interesse zeigen in anderen Bereichen und nicht nur in den Medien. Wo man zumindest annehmen kann oder davon ausgehen kann, dass sie besser in der Lage sein werden, auch langfristig mit volatilen, ungewissen und sich ständig verändernden Umgebungsbedingungen umgehen zu können. Und ich glaube, man braucht ein offenes Denken, einen offenen Lebensstil und damit kann man sich heute differenzieren. Jetzt müssen wir gleich zusammenfassen, aber ich würde gerne noch eine spezifische Frage stellen, und zwar, welche Lektionen haben wir denn gelernt im zweiten Jahr der Pandemie jetzt mittlerweile? Was ist die Botschaft, die Sie mit nach Hause nehmen? Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir erkennen, dass es ein Leben nach der Pandemie geben wird. Wir müssen einfach 20 oder 50 Jahre in die Zukunft denken. Vor der Pandemie war es schwierig für die Menschen zu sehen, dass ein Chip im Gehirn implantiert werden kann und den Spracherwerb beschleunigen kann und vielleicht auch Parkinson's behandeln helfen kann. Und die Leute sollten natürlich auch bereit sein, diese hoffnungsvolle Sicht der Zukunft aufrechtzuerhalten. Wir können das Leben nicht einfach stoppen, nur weil ein Virus sich jetzt manifestiert und vielleicht etwas dominanter ist, als es sein sollte. Wir müssen einfach Mittel und Wege finden, uns daran anzupassen und eine Vision haben, die sich 50, 100 oder 200 Jahre in die Zukunft erschreckt. Und ich glaube, das ist auch, ja, in der Geschichte der Menschheit immer so gewesen. Wir müssen uns immer an die Zukunft anpassen. Herr Addison, was haben Sie gelernt im letzten Jahr? Für mich geht es um die Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich glaube, wenn Sie in einer Führungsrolle sind, in einem Unternehmen, dann haben Sie wirklich versuchen müssen, sich hineinzuversetzen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es ihnen geht, wie man sich am besten mit ihnen verbindet und wie man trotz allem noch unternehmerisch vorangehen kann. Und ich hoffe, wenn die Pandemie vorbei ist, dass sich die Führungskräfte auch daran erinnern. Emily, was haben Sie denn aus der Pandemie gelernt? Ich glaube, es geht um die Empathie und emotionale Intelligenz. Das habe ich für mich gelernt. Transparent mit meinem Team kommunizieren, eine tiefere Verbindung zu ihnen aufbauen, zu entdecken, dass wir nicht allein sind und dass man wirksamer agieren kann als Führungskraft, wenn die Menschen die persönliche Geschichte von einem kennen. Und ich glaube, es geht auch darum, dass wir uns mehr kümmern um Gleichstellung und Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und wir sollten Alliierte werden und nicht nur nach außen hin, sondern echte Alliierte werden. Und ich glaube, es geht auch darum, dass ich meine eigene persönliche Gesundheit als Priorität gesehen habe in der Pandemie, damit ich dann auch in der Lage bin, den Rest meines Teams zu unterstützen. Also aus einer leeren Kanne kann man nichts mehr herauskriegen. Das heißt, man muss schauen, dass man sich selbst gesund hält, um anderen helfen zu können. Ich glaube, die wichtigste Rektion für mich ist, dass wir gezeigt haben, wie anpassungsfähig die Menschheit wirklich ist. Vor einem Jahr war Corona noch ein Bier und das Hauptprodukt von Pfizer war eine blaue Pille. Und jetzt weiß jeder auf der Welt, dass es eigentlich um ganz andere Produkte geht und jeder weiß jetzt auch, was der Coronavirus ist. Und ja, jetzt haben wir endlich eine Impfung und wir haben auch die meisten Elemente des Virus entdeckt. Es verändert sich natürlich immer noch, aber das ist etwas, was mich sehr stark beeindruckt hat. Und auch die Anpassungsfähigkeit unserer eigenen Organisationen. Die Bereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Stresssituation sich zu verändern und sich an die neue Situation anzupassen, das Produkt weiterhin zu produzieren und weiterzuarbeiten, Das ist wirklich diese Vitalität und die spürt man in unserer gesamten Organisation, bei all unseren Mitarbeitern. Ja, ich habe jetzt keine Uhr, aber ich glaube, Sie haben am wenigsten hier gesagt oder gesprochen. Ich habe mich auch darauf vorbereitet und ich interessiere mich natürlich für Ihre Antwort. Sobald wir wieder zur Normalität zurückkehren und die Leute wieder ausgehen, essen, trinken, ins Büro gehen, vielleicht auch sogar wieder Hände schütteln, auf neurologischer Ebene, im Gehirn. Was wird sich dann verändert haben, auch auf Ebene der Gesellschaft? Ja, sehr viele Leute würden Anpassungsstörungen aufweisen. Es wird eine Zeit dauern, bis man wieder zum früheren Leben zurückkehren kann. Mein Kollege hat soeben Pfizer und die kleine blaue Pille von Pfizer erwähnt. Und zwar, ja, die Impfung und die blaue Pille sind vielleicht während dieser Krise wichtig gewesen sein. Also man muss sich natürlich auf unterschiedlichen Ebenen anpassen. Und dieser Stress muss natürlich auch wieder nachlassen. Und das bedeutet, dass wir dann weiter wachsen können, im Hinblick auf unser Verhalten und unsere Funktionalität, dass wir auch gegen diese Krankheit ankämpfen können. Und ich glaube, man kann gegen Covid ankämpfen ohne die Impfung und ohne Medikamente, einfach nur mit der Stärke des Geistes. Aber ich glaube, dafür haben wir heute keine Zeit mehr. Ja, ich würde gerne fragen, was Sie damit meinen. Vielleicht in einem Satz zusammengefasst können Sie uns sagen, was Sie meinen. Ja, das Immunsystem wird durch das Gehirn gesteuert, durch willkürliche und unwillkürliche Systeme. Die Fähigkeit zu visualisieren, wie dieses Virus unseren Körper angreift, hilft dem Unsystem dabei, dagegen anzukämpfen. Aber in ein paar Sekunden kann ich natürlich nicht darüber ausführlich sprechen. Das ist ein sehr komplexer Bereich, aber das wird seit Jahrtausenden von Mönchen und anderen praktiziert. Die waren in der Lage, schlimmere Dinge zu überwinden als Covid-19. Es gibt ja viele Berichte, dass Krebs und andere Dinge mit solchen Methoden behandelt werden. Und ja, ich habe das Gefühl, dass sobald wir uns daran gewöhnen, mit der Pandemie zu leben, wird es sehr schwierig sein für uns, ohne die Pandemie zu leben. Ja, es kommt schon wieder eine. Keine Angst. Ja, hoffentlich nicht zu schnell. Gott, vielen Dank. Das war es auch schon für uns. Das ist eine dieser Konstellationen, wo man hofft, dass die Konversation noch sehr viel länger weitergehen wird. Aber ich glaube, wir haben in den letzten 45 Minuten sehr viele Dinge angesprochen. Und ich selbst freue mich sehr darauf, derartige Gespräche fortzusetzen, sobald diese anstrengende Phase endlich vorbei sein wird. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Danke für Ihre Einblicke. Danke fürs Zusehen. Es war eine große Freude. Und jetzt übergebe ich wieder an Katrin Küss.